Hallo Leute, der Rado hier. Heute würde ich euch mal zeigen, also das ist quasi so ein Tutorial, ein Zero to Hero mit Birdie. Und am Anfang wollte ich jetzt erstmal die Basics vorzeigen. Die Basics sind halt normale Moves wie Standing Like Punch, Crushing Like Punch und so weiter. Und Specials. Jetzt kommt nach den Normals. So, da werde ich halt ein paar Sachen erläutern für die Leute, die halt mit Birdie zum ersten Mal quasi anfangen oder mit ihm spielen wollen. Das ist auch, wenn man es schon erwähnen kann, mein erstes Tutorial mit Mike. Und ich hoffe, man hört mich gut. Na gut, also dann wollen wir mal. Also fangen wir an mit dem Standing Like Punch. Der Standing Like Punch ist sehr gut. Es hat eine sehr gute Reichweite. Da, wie man sieht, eine total gute Reichweite. Also es ist echt kaum zu übertreffen. Wenige Charaktere haben so eine gute Reichweite. Vielleicht fangen nur, aber ansonsten eigentlich passt keiner. Also, sehr gute Reichweite. Und es ist einer der besten Pokes. Also er hat sehr viele Pokes natürlich. Er ist einer der besten Pokes. Standing Like Punch. Man kann damit auch gute Pressure-Situationen ausführen. Zum Beispiel. So. Oder so. Also es ist auf jeden Fall richtig nice. Ich stelle mal kurz Betäubung auf. Keine Betäubung. Also es nervt ja nur. Also es hat eine sehr gute Reichweite. Es ist ein super Pokes. Und, ähm, es kann noch dazu, ähm, also verbunden werden, gelinkt, sag ich mal, ähm, mit Bullhead in der leichten Version, also mit 4. Zum Beispiel, zeige ich euch mal. Da, 2-Hits. Also es kann verbunden werden. Es ist super. Kannst du ihn richtig gut, ähm, also es ist eine sehr, 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 sehr gute Chance. Zum Beispiel auf einem, an einem, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Kontersituation hat. Das ist super. Standing Like Punch in Bullhead. In der leichten Version. In der, in der mittleren Version geht's nicht. Da, da wird's nicht connected. Aber in der leichten Version. Und, ähm, was ich euch noch zeigen wollte, mit Standing Like Punch. Also, die Reichweite ist ja echt bezahl. Aber es ist auf jeden Fall auch noch dazu. Zeige ich euch jetzt. Es ist safe on block. Also, wenn ich jetzt hau. Er hat jetzt Croaching Like Punch. Und wie macht Croaching Like Punch. Ihr seht. Es ist safe on block. Gegen Croaching Like Punch. Auch gegen Chan Lee's, äh, Croaching Like Punch. Es ist, äh, safe on block. Habe ich getestet. Also, es ist eine sehr gute Option. Kann man nix falsch machen. Sehr gute, sehr guter Poke. Da, mit Shoyuken können wir es auch nochmal zeigen. Also, auf jeden Fall super. Kann man nix falsch machen, denke ich mal. Gut. Es gibt noch natürlich andere, aber... Zum Beispiel, Croaching High Kick. Das ist einfach super. Also, gut. Wollen wir mal wieder am Anfang gehen. So. Machen wir das auch mal weg. So. Alles klar. Okay. Natürlich nicht abwählen jetzt erstmal. Okay. Dann fangen wir jetzt an mit dem Croaching Like Punch. Das ist auch... Das ist also einer der besten, folks. Weil ich schau mal die Reichweite an. Das ist ja Wahnsinn. Das hat eine brutale Reichweite. Mehr als der Standing Like Punch. Wenn ihr das seht. Den Unterschied. Also, auf jeden Fall eine höhere Reichweite. ist einer der besten Pokes. Also, es ist unverbindlich. Diesen Move auszuführen. Also, diesen Normal. Croaching Like Punch ist einer der besten... Ähm... Normals. Vom Birdie. Standing Like Punch natürlich auch. Aber Cro... Croaching Like Punch ist einfach brutal. Also, das toppt eigentlich fast gar nix. Das ist sehr gut. Und, ähm... Es ist Safe und Block. Kann ich euch auch zeigen. Nochmal. Safe und Block. Bei Shouyuku genauso. Also, es ist einfach Wahnsinn. Und, man kann sogar Chimmy machen. Was Chimmy ist, das werde ich euch im nächsten Video mal, äh... Vorstellen. In dem nächsten Tutorial. So gesehen, ein Advanced Tutorial. Für Beauty. Da geht es darum, also... Ich zeige euch mal einen kurzen, äh... Ja... Ach... Einfach mal ein Beispiel. Also, ich meine zum Beispiel, also... Croaching Like Punch. Er haut. Und genau wenn er haut, konterst du es. So. Also, zeige ich euch mal nochmal. Jetzt klappt es grad nicht. Da. Das ist ein Chimmy zum Beispiel. Es gibt verschiedene Arten von Chimmy. Da. Wieder ein Chimmy. Oder... Auch ein Chimmy. Aber... Oder... Zum Beispiel so. Auch ein Chimmy. Der ist auch ein Chimmy. Also, das sind Chimmy. Das sind so gesehen, ähm... Konter. Auch ein Chimmy. Also, sowas sind auf jeden Fall Konters. So gesehen, Konter. Aber da muss man halt echt, äh... eine gute Reaktion haben. Das ist halt echt schwer. Aber... Es klappt auf jeden Fall. Okay. Okay. Dann, ähm... Möglichkeiten. Aber... Ähm... Dann machen wir das mal wieder aus. So. Alles klar. Also. Es ist... Ähm... Es hat eine gute Reichweite. Es ist... Ein... Äh... Air-to-Air-Angriff. Für einen Air-to-Air-Angriff ist es sehr gut. Es ist eigentlich... Super. Für einen Air-to-Air-Angriff. Also, Air-to-Air-Angriff ist, wenn der Ryu jetzt auf mich zuspringt. Und ich in der Luft ihn damit treffe. Oder. Jumping Back. Like Punch. Das ist sehr gut gegen Springende. Gegen Leute, die halt sehr oft springen. Oder die einen Crossover versuchen. Jumping Back. Like Punch. Kann ich euch auch demonstrieren. Kleinen Moment. Machen wir jetzt mal. Nehmen wir mal auf. So. Okay. So. Hat auch gute Mixer-Möglichkeiten. Nachdem zum Beispiel Wester. Also es ist sehr gut. Klar, Counter. Oder Jumping Back. Ist auch sehr gut. Weil es einen guten Frame hat. Die Animation ist eigentlich auch sehr gut. Für Jumping Back. LP. Also wenn er auf dich hier zuspringt. Du sprichst zurück. Und triffst damit eigentlich fast immer. Das ist eigentlich sehr gut. Das wollte ich noch demonstrieren. Ähm. Was kann man noch sagen? Okay. Gegen Crossover ist es natürlich auch gut. Das ist eigentlich genau das gleiche. Was ich jetzt vorhin demonstriert habe. Es ist ein guter Jumping. Zum Beispiel. Wenn der Ryu. Ähm. Moment. Das zeige ich jetzt mal kurz. Werde ich jetzt gleich zeigen. Was ich damit meine. Okay. Mal wieder. So. Okay. Also. Ähm. Jumping leitet sich also ein. Jumping. Das ist. Das ist ein Jumping. Man springt auf den Gegner zu. Und jetzt demonstriere ich euch erst mal. Also. Warum es überhaupt gut ist. Dieser Jumping. So. Dann muss man erst mal jetzt. Ähm. Wieder aufnehmen. Aufnahme starten. Da haben wir ein paar Hadoukens. Okay. Gut. Äh. So. Wieder gehen. So. Das ist ein guter Jumping. Zum Beispiel bei Hadouken. Das ist ein sehr guter Jumping. Das ist ein ziemlich guter Jumping. Wenn er Hadoukens macht. Wenn du weißt. Er macht jetzt ein Hadouken. Dann kannst du gleich auf ihn damit zuspringen. Mixup zum Beispiel. Also. Das ist ein guter Jumping. Muss ich schon sagen. Das ist nicht schlecht. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal Jumping Light Punch. Ähm. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Standing Light Kick. Den hier. Oh mein Gott. Also. Der Standing Light Kick ist auch richtig geil. Es ist ein sehr guter Poke. Das ist einer der vielen Pokes von ihm. Zum Beispiel. Wie ich dir vorhin gesagt habe. Das ist ein sehr guter Poke. Das ist ein sehr guter Poke. Am meisten benutzt. Ähm. Ähm. Das ist also auch ein Combo Starter. Ein Combo Starter in zum Beispiel Standing Light Punch. Aber da werde ich mehreres, also weiteres erläutern in dem nächsten Video. Weil da werde ich auch ein Combo Video machen mit, äh, Kommentar. Zu dem zum Beispiel. Standing Light Kick. Standing Light Punch. Also deswegen ist es der Standing Light Kick ein Combo Starter. Man kann es auch natürlich, ähm, zweimal Standing Light Kick connecten. Das ist dann ein Dreihit. Also es ist ein Combo Starter auf jeden Fall. Also, ähm, man kann sehr gute Pressures machen mit dem. Zum Beispiel so. Also es ist auch wie der Coaching Light Punch. Es hat auch schon, es hat jetzt nicht so eine gute Reichweite. Aber, was das Gute ist, ähm, es ist ein sehr guter Poke. Du kannst damit, ähm, viel mehr Kombinationen, äh, also, äh, viel besseren Pressures hast du einfach. Zum Beispiel so, das, das. Aber es ist sehr gut. Und es ist natürlich safe und block. Das kann ich euch auch nicht wieder zeigen. So, mach mal wieder hier alles abwören. So, ich mach mal wieder alles abwören. Safe und Block. Genauso wie bei... So you can auch. Safe und Block. Ist also auf jeden Fall super. Sehr gut ist das. Finde ich... Ist auch sehr gut. Das wage ich an Birdie, dass er sehr viele Normals hat, die Save und Blocks sind. Okay, was ist mit dem Standing Light Kick noch? Ja, es ist also für mich auch einer der besten Pokes und Jimmy ist natürlich auch möglich. Jimmy habe ich euch ja kurz erklärt, was es ist. Jimmy ist, ja, zum Beispiel kann man es so machen. Jimmy. Also es ist eigentlich das, Standing Light Kick und der Crouching Light Punch, einer der besten Jimmy's. Also es ist super. Gut, dann Mix-ups gibt es natürlich auch, wie jetzt zum Beispiel. Er konnte nicht mal den Crouching Light Punch machen. Das geht sehr gut. Da. Also es ist auch Mix-up möglich. Und es ist sehr gut. Okay, das war es eigentlich mit Standing Light. So, dann fangen wir jetzt mal an mit Crouching Light Kick. Crouching Light Kick. Das Gute an Crouching Light Kick ist, es trifft auch wirklich unten. Also niedrig. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Demonstrieren kann ich es euch. Da. Niedrig steht oben rechts. Bei Angriffslevel. Niedrig. Standing Light Kick. Zum Beispiel ist hoch. Das trifft natürlich Niedrig. Das ist zum Beispiel gut, wenn du einen Fake Cross-Up machst. Das ist ja ein Cross-Up. Wenn du einen Fake Cross-Up machst, ist es so. Und dann noch Best-Up Kick. Crouching Light Kick. Also es ist sehr gut. Er hat eine gute Reichweite für einen niedrigen Angriff. Und einen schnellen Frame. Und es ist auch auf jeden Fall noch dazu ein Combo-Starter. Und zwar in Standing Light Kick. So. So. Zwei Hips. Aber ein Bull-Hit leicht dazu. Das ist zum Beispiel sehr gut, wenn du einen Fake Cross-Up machst. Und statt so ein Fake Cross-Up. Und die meisten werden dann halt natürlich oben ab, weil die denken, du machst ein Cross-Up dabei. Auch zu unten. Und das ist sehr raffiniert, finde ich. Okay. Wie gesagt, ich habe mit Killing Head kann man auch machen. So. Okay. Das war's eigentlich. Jetzt kommt der Jumping Light Kick. Der Jumping Light Kick. Na ja, also, was ich da auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, es hat eine ziemlich schlechte Hitbox. Also ein R. Also für einen Jump-In ist es total schlecht. Weil der trifft gar nicht. Der trifft einfach überhaupt nicht. Aber für einen Jumping-Back ist es sehr gut. Also was heißt sehr gut, da ist eigentlich der Standing Light Kick besser, aber der Light Kick, den Light Kick kann man auch verwenden. Würde ich aber nicht, würde ich halt abraten davon. Das benutze ich eigentlich auch nie, also nicht, den, ähm, Jumping Light Kick. Er ist eigentlich nicht so gut. Das Gute ist nur dran, ähm, wenn er auf dich zuspringt. Das hat halt eine gute Reichweite. Eine Hitbox dafür, wenn er auf dich zuspringt. Demonstriere ich euch nochmal kurz. Hoppala, nicht so ist das nicht so hektisch. Okay. Option wiedergeben. Also. Ja. Ich habe eine gute, Erreichweite. Oh ey. Aber es ist halt, ähm, nicht so jetzt, ähm, da ist, da ist der besser. Der ist der, der Dumping-Back-Like-Punch. Also. Würde ich einfach nicht benutzen. Ich würde, ähm, dass es den Move gibt, würde ich, ich als Würdig-Spieler, vergessen. Komplett. Weil, das ist einfach unnötig. Okay. Dann, ähm, kommen wir zu dem Standing, zu dem Standing Medium Kick. Der Standing Medium Kick, der hat eine enorme Reichweite. Es hat eine echt sehr krasse Reichweite. Also das hat die höchste Reichweite. Einer der höchsten Reichweiten. Sorry. Aber Standing Live Kick, Coaching, das hat eine brutale Reichweite. Das ist echt, das ist, also das ist für mich eine der besten Normen. Der besten sogar, würde ich sagen. Es ist einfach enorm, was für eine Reichweite das hat. Für Pressure, Situationen. darf ein Standing Medium Kick nicht fehlen. Das ist unverbindlich. Das muss einfach dabei sein. Das macht Würde eigentlich aus. Naja. Okay. Also, es hat eine enorme Reichweite. Und für ein Medium Kick hat es eine so krasse Recovery-Zeit. So schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Der Fuß ist gleich wieder weg. Das ist krass. Schimmy ist natürlich auch möglich. Auf jeden Fall ist Schimmy möglich. Er hat so viele Schimmy, ähm, Möglichkeiten, der Würdi. Das ist einfach, äh, total. Zeige ich euch jetzt alles ab. Und so. So. Ja. Es ist einfach nur krass. Also, auch Schimmy möglich. Ähm, gut. Muss man wieder weg machen. Und, ähm, also für Pressures natürlich, das darf da auf keinen Fall fehlen. Für mich ist es, für mich persönlich ist es der beste Poke. Der allerbeste Poke, um den Gegner wirklich weit weg von dir zu halten. Oder um dem Gegner dazu zu bringen, dass er auf dich springt. Einfach Wahnsinn. Und, ähm, das Krasse dabei ist auch noch, da ist ein, ähm, Standing Medium Kick ist. Es ist fucking safe on block. Es ist safe on block. Ich zeig's euch. Es ist echt safe on block und es ist echt krass. Ah. Safe on block. Juga vom Mann. safe on block. Auch mit so juken, kein Problem. Also, es ist echt krass. Das ist safe on block. Egal, was du machst. deswegen ist es eine sehr gute, hoppala, deswegen ist es eine sehr gute Möglichkeit, ähm, den Gegner dazu zu bringen, auf dich zu springen, weil er sonst keine andere Möglichkeit hat, außer nur auf dich zu springen. Außer natürlich, er macht jetzt einen Ex, Shoyu Ken, das ist, äh, Invincibility hat es, glaube ich, am Anfang, also vom Start-up, aber ansonsten, hast du, hast du einfach deine Chance, musst du auf ihn zu springen. Okay. Wird schon mal geklärt? Ähm, was kann man noch dazu sagen? Ja, das war's eigentlich, also, es ist auf jeden Fall unverbindlich, Standing Medium Kick darf man bei Bürdi niemals vergessen, besonders wegen den geilen Variationen, das ist einfach, äh, für den Pressure unverbindlich, das ist einfach nur, einfach, einfach, notwendig, einfach notwendig. Okay, jetzt kommen wir zu Croaching Medium Kick, Croaching Medium Kick, es hat eine enorme Reichweite, und, äh, hab ich's jetzt wieder ausgemacht, und, ähm, das Geile ist natürlich, es trifft niedrig, und dadurch, dass es so eine enorme Reichweite hat, es ist einfach super, auch beim Pressure, zum Beispiel, so, zum Beispiel, so, 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 zum Beispiel, es ist einfach, sehr gut, da ist, ähm, eine enorme Reichweite, und es trifft niedrig, also, was will man da eigentlich mehr, und, ähm, was man noch sagen muss, also, paugen, dass es ein guter Pauk ist, ist natürlich klar, das krasse, ist nur dabei, es ist sehr riskant vom Nahen, beim Blocken, weil es kann, ähm, gekontert werden, mit, Specials, wie Shouyuken, oder mit Light Punches, oder mit Light Kicks, werde ich euch, ähm, demonstrieren, also, es kann gekontert werden, das ist halt das Problem, deswegen, immer vom Weiten, diese, also, diesen Move, nur vom Weiten ausführen, weil sonst geht's in die Hose, wenn er blockt, zeig ich euch jetzt auch, das ist halt das einzigste, worauf man achten muss, bei dem, bei dem Move, ähm, so, da, versucht zu blocken, ich kann euch sogar ein Input zeigen, dass ihr mir glaubt, da, ich blocke, es trifft, also, das ist, ähm, ja, das ist das, zum Beispiel hier, hast du ein riesen Punish, da hast du ein riesen, Punish, also da, aber vom Weiten, geht's natürlich nicht, deswegen, immer vom Weiten, einsetzen, ja, so geht's nicht, so kannst du sogar ein, Schemi starten, so geht's nicht, so trifft er dich nicht, aber, wie man sieht, vom Weiten, nicht mal mit einem Coach, erhält sich, kann er die Stöcken, geht nicht, also deswegen, immer vom Weiten einsetzen, am besten in einer Pressure, Situation, wie zum Beispiel der hier, so, 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 okay, haben wir das geklärt, dann, ähm, kommen wir jetzt, äh, ja, Moment, dann kommen wir jetzt eigentlich, zum Jumping Medium Kick, ja, ja, zum Jumping Medium Kick, und dazu muss ich sagen, aber Moment, nicht abdünnen, wenn ich jetzt erstmal wieder Schläge bekommen, also, der Jumping Medium Kick, das ist der, für mich, beste Jumping, von Birdie, in der, in der mittleren, Distanz, das heißt also, in der Position, so, weil, das ist einfach der beste Jumping, schaut euch mal diese, sehr gute Hitbox an, und die Reichweite, also, das ist ja, das ist einfach nur nice, das ist perfekt, das ist perfekt, um Projektile, ähm, ähm, ja, auszuweichen, das ist einfach perfekt, äh, wenn der Gegner jetzt ein bisschen nervös ist, und, äh, versucht, die Schujuken zu machen, du könntest, du könntest ihn eigentlich auch abfangen, mit dem Jumping Medium Kick, also, in vielen Fällen klappt das, habe ich auch, äh, oft bemerkt, bei mir selber, wenn ich mit ihm gespielt habe, also, es ist ein sehr guter Jumping, das ist der beste Jumping, von der mittleren Position, von der weiten Position, ist ja unlogisch, das bringt ja nichts, aber von der mittleren Position, super, von nahem, geht ja nicht, also, von der mittleren Position, habt ihr beste, Jumping, vom Birdie, okay, ach, die Hitbox ist ja auch, total gemessen, na gut, dann kommen wir jetzt, ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich zum, ähm, Standing Medium Punch, also, der Standing Medium Punch, ähm, Medium Punch, sorry, der Standing Medium Punch, ähm, das hat eine enorme Reichweite, also, das ist ja echt krass, das hat eine höhere Reichweite als Standing Light Punch, höhere Reichweite als Standing Light Kick, naja, als Standing Medium Punch nicht, aber dafür ist es, einfach, sehr gut für, ähm, zum Beispiel für Pressure, also Pressure kann man damit natürlich sehr gut machen, das ist auch, ähm, gehört auf jeden Fall dazu, man kann gut Konkern, mit dem Standing Medium Punch, äh, und, ähm, was ich noch sagen wollte, es ist für mich, wie der Standing Medium Kick, der beste Poke, also der beste Poke, Standing Medium Punch, und Standing, ähm, äh, Medium Kick, äh, der Standing Medium Punch ist ziemlich gut, ja, und, ähm, für mich, persönlich hat es auch die beste, äh, Schimil, Möglichkeit, und zwar dadurch, dass der Gegner, wenn er getroffen wird, zurückgestoßen wird, und zwar ziemlich heftig zurückgestoßen wird, und jetzt, demonstriere ich es mal in der Abkürtposition, und er wird ziemlich, krass zurückgestoßen, und deswegen ist es eine sehr gute Schimil, äh, Möglichkeit, da geht es euch jetzt auch mal, da, Chemie, da, wieder, also es ist der Wahnsinn, was für eine Reichweite, ähm, was für ein Hit Confirm, man da machen kann, also, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ist auch unverbindlich, wie ich immer so schön sage, wie ich immer so schön sage, da, Standing Medium Punch, eines, der wichtigsten Normals, ist, bei Birdie, genauso wie Standing Medium Kick, natürlich, natürlich Fortune Light Punch aus, sind alles genau die gleichen Pokes, nur, dass der Medium Punch, und der Medium Pitch, sind eine der besten Pokes, von Birdie, also für mich eigentlich, die besten Pokes, Pressers, natürlich, Presser, äh, Pressers, habe ich ja schon erwähnt, sind auch, auf jeden Fall möglich, ja, so, 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 also, das ist echt, sehr gut, ähm, was kann man noch sagen, äh, es ist, verbindbar, also, kombinierbar, es ist kombinierbar, mit, Bullhack, Mittel, also mit Dreieck, also mit der mittleren Version, der Version, mit der Mittleren, 177 Schaden, 300 Stump, das ist ja total, das ist sehr gut, Birdie ist auch einer, der, total, dann verursacht, da, wenn ihr seht, da oben, durch zwei, Hit, schon so viel Stump, und dann kann auf jeden Fall, als einziges, also als einzigste Normal, kann, mit Bullhead, Mittel, verbunden werden, da, seht ihr auch, beim Input, dass ich Medium, gemacht habe, okay, ähm, es kann auch, in X, ähm, Chain, verwendet werden, aber ich nenne es als, X-Chain, weil, eigentlich heißt es, Hanging Chain, aber ich nenne es, X-Chain, also, Chain ist, X-Chain ist besser, es kann auch, ähm, als einziges, mit dem, verbunden werden, so, so, 3, 3 Hit, das ist auch, ziemlich gut, das ist auf jeden Fall, ähm, Safe und Block, das zeige ich euch jetzt auf, dass es Safe und Block ist, ah, ist schon, nur Abwehr einstellen, so, also, Safe und Block, auch mit Crowtling Medium Punch, als Konter, Safe und Block, das ist, pretty nice, und, ähm, also, nicht vergessen, Standing Medium Punch, und Standing Medium Kick, wie ich immer zu den sage, unvermeidbar, als Vertikler, gut, jetzt kommen wir, zu, Crouching Medium Punch, Crouching Medium Punch, ist, einfach, amazing, es ist einfach, einfach, geil, es ist der, beste, Anti-Air, von, ganz, Street Fighter 5, der beste, der allerbeste, Anti-Air, den es gibt, es gibt, keinen besseren, Anti-Air, finde ich, von Street Fighter 5, von jedem Charakter, kein, besseren, Anti-Air, und, es hat die beste, Hitbox, für, zum Beispiel, Anti-Air-Angriffe, es trifft, sogar, noch, Cross-Up Versuche, also, wenn der Gegner, jetzt versucht, mit dem Cross-Up, zu machen, sogar, das trifft, das demonstriere ich euch, auf jeden Fall, weil, das ist, Brutal, zeige ich euch jetzt, ähm, aufnehmen, so, 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 Cross-Up, das wird, reichen, so, ähm, okay, okay, warte, warte, so jetzt, Cross-Up, er hat, Cross-Up versucht, und, das ist krass, was für eine Hitbox, die ist ja, unnormal, die Hitbox, zu spät, bisschen, na da, okay, wieder bisschen zu spät, haha, der war schon auf der anderen Seite, und trotzdem wird es abgewettet, das ist einfach krass, der beste Anti-Air, okay, ähm, genau, okay, hör jetzt mal auf, also auf jeden Fall, brutal, und natürlich auch, ähm, was ich jetzt noch zeigen wollte, auch für normale einfach, ähm, Sprünge, also für Jump-Ins, und brutal ist also der, der beste Anti-Air, Moment, was ich dann auch nehmen, okay, also, der beste Anti-Air für mich, ist einfach der Wahnsinn, ich habe noch nie so einen guten Anti-Air, in jedem Streetfighter-Stil, habe ich noch nie so einen guten Anti-Air gesehen, das ist, das ist, schal, sogar von der, reicht, es ist einfach, richtig gut, es ist der beste Anti-Air, Crouching-Medium-Punch, okay, jetzt haben wir dann auch, ähm, und zwar mit, Bull-Hack, auch mit, zeig ich euch, laut bei, mein Input, Hoppala, nicht abgönen, so, jetzt, zwei Hit, auch möglich, sogar mit Standing Light Kick, ist es möglich, schaut mal, DT, zwei Hit, mit Medium, das zieht brutal viel ab, und was für ein krasser Stunt, 358, also, auch Combo möglich, auch, ähm, kombinierbar mit, äh, Bull-Hack, Metal, so, auch, 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 der beste Angriff auch, für Mixer, aber jetzt leider nicht, sorry, das muss ich jetzt euch, noch, äh, mit, Killing Head, Ja Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist Crash Counter. Das ist ein Crash Counter. Standing High Kick. Sorry, du hörst jetzt auch. Normal jetzt Counter. Crash Counter, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt kommt es fest. Das ist safe on block. Das ist echt safe on block. Safe on block. Auch so jupen. So you can genauso. Crouching High Kick hat auch keine Chance. Crouching Medium Punch auch nicht. Also es ist safe on block. Außer natürlich mit extra jupen, wie ich vorhin erklärt hab. So, dann kommen wir jetzt mal zu sehen. Achja, Scimmy ist auch möglich. Mit Standing High Kick. Ihr wisst ja jetzt, was Scimmy ist. Also eine sehr gute Hitbox, ist ein sehr guter Poke, z.B. in einer Pressure Situation wie der hier, das ist sehr gut, und ähm, also es trifft niedrig, das ist auch nochmal gut, wie man da oben rechts sieht, es trifft niedrig. Und es hat eine totale Reichweite, in Pressure Situationen wie dem hier, es ist sehr hilfreich, also das ist sehr gut, vom Weiten natürlich, in einer Pressure Situation am besten am Schluss einsetzbar, ähm, oder in einer, in einem Combo-Spring, oder wie das auch heißt, es hat die weiteste Reichweite, es ist, es hat die weiteste Reichweite, und, also mit, mit standing high punch, aber das kommt später, und es ist, ähm, nur vom Weiten safe on block, vom Weiten ist es safe on block, aber vom Nahen ist es nicht safe on block, leider, da wird's kritisch, zeige ich euch aber. Also, also auf jeden Fall, niemals, Crouching high kick vom Nahen verwenden, zeige ich euch warum. Ja, da ist es nicht safe on block, vom Weiten ist es safe on block, genauso wie die anderen. Vom Nahen, Punish. Vom Weiten, kein Punish. Vom Nahen, Punish. Vom Weiten, ja Moment, vom Weiten, kein Punish. Deswegen immer nach Pressure. Zum Beispiel, so ein Pressure, mein ich. So, so ein Pressure zum Beispiel. Ähm, vom Nahen, Punish. Vom Weiten, natürlich nicht. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Jumping High Kick. Das ist der beste, der beste, beste Jump von der Weiten, von der Weiten Distance. Von der, zum Beispiel von der, ja, was für eine Hitbox, was für eine Reichweite. Einfach amazing. Auch wenn man natürlich, ähm, Projektile, äh, abwehren will, also was heißt abwehren, umgehen will. Das ist auch sehr gut. Das hat eine brutale Hitbox und so eine große Reichweite. Das ist der beste Move vom Weiten. Das ist, also den Move benutze ich sehr auf den Jumping High Kick. Der ist sehr, sehr gut. Es ist auch gut für Air-to-Air-Attacks. Tut auch in der Luft gut. Abgreifen. Ähm. Also es ist eigentlich der beste Air-to-Air-Angriff. Finde ich. Das zeige ich euch auch. Zeige euch das jetzt mal. Also, zum Beispiel bei Projektilen. Auch sehr gut. Moment, jetzt zeige ich euch mal noch was. Da. Ein Air-to-Air-Angriff oder Jumping Back High Kick. Auch sehr gut. Es ist der beste, für mich der beste Air-to-Air-Angriff. Also auf jeden Fall der beste Air-to-Air-Angriff für mich. Es hat eine ziemlich angenehme, ähm, Startzeit und Recovery. Und eine brutale Hitbox. Auch wenn Cross-Up natürlich versucht wird, sehr gut. Und wenn du Jumping Back High Kick machst, trifft meistens, also fast immer, also es ist eine sichere Art, um den Gegner wieder zurückzustoßen. Und in den Schranken zu weisen. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ähm. Was kann ich noch sagen? Ja, jetzt kommen wir eigentlich, das war's. Also jetzt kommen wir zum Standing-Hike-Punch. Okay, dann kommen wir zu Standing-Hike-Punch. Standing-Hike-Punch, wie ihr seht, hat die weiteste Reichweite. Und seinen ganzen Normals, die weiteste Reichweite. Also es ist echt enorm, die Reichweite. Und, ähm, es hat natürlich dann deswegen auch die beste Hitbox. Nur halt, das, ähm, was, äh, etwas Schlechtes ist, dass es eine sehr langsame Recovery hat. Also on Block ist es auf gar keinen Fall safe. Überhaupt nicht. Deswegen muss man es mit Bedacht einsetzen. Oder von Weitem oder nach Pressures. Wie zum Beispiel so. So nach Pressures einsetzen. Am allerbesten. Ja, sonst gibt's eigentlich dafür nichts mehr. Also nicht viel zu sagen. Ähm, jetzt kommen wir zu Crouching-Hike-Punch. Crouching-Hike-Punch, ähm, kann auch für Anti-Air benutzt werden. Weil, das Einzige, was halt da gut ist, es macht mehr Schaden. Aber mit, äh, Crouching-Medium-Punch ist es viel effektiver, weil es einfach immer trifft und eine so brutal schnelle Recovery und Startzeit hat. Da würde ich also Crouching-Hike-Punch für Anti-Air eigentlich nie benutzen. mehr für, ähm, V-Trigger-Angriffe. Wie zum Beispiel, ja, ich kann's euch jetzt einfach mal zeigen. Eigentlich wollte ich's im nächsten Video machen, aber damit ihr mal wisst, was ich meine, wozu eigentlich dieser Crouching-Hike-Punch, äh, gut ist. Beispiel so. Ops. Ja, zum Beispiel halt dafür, also, damit ihr meine Combo-Starter habt. Sorry. Dafür zum Beispiel. Dafür ist der Crouching-Hike-Punch eigentlich gut. Ähm. Aber es ist ein guter Combo-Starter für, ähm, Chain, zum Beispiel für das hier. In der Hard-Version. Also in Hard, also. Für Fierce. Oder für V-Trigger. Zum Beispiel. Aber dafür später mehr. Also ich wollte mir zeigen, für was Crouching-Hike-Punch eigentlich gedacht ist. Also eigentlich nicht für Anti-Air. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist, äh, und es ist natürlich nicht selber vom Block, ne? Ähm. Jetzt kommen wir zum Crouching. Ähm. Ne. Sorry, sorry. Zum Jumping-Hike-Punch. Jumping-Hike-Punch ist gut, ähm, wenn man ganz nah am Gegner ist, um dann von oben nach unten den Gegner, ähm, ja, zu treffen. So. Und wenn nicht, kann man ihn immer noch mit nem Mix-Up treffen. So zum Beispiel. Hoppala. Sorry. Jetzt. So. Ich meine. Zum Beispiel. Für nem Mix-Up, wenn es nicht trifft. Wenn es treffen sollte, dann kann man natürlich die Combo's machen, aber. So. Also, ähm, vom Weiten mit, ähm, ein Jumping zu versuchen, mit Standing, ähm, mit Jumping-Hike-Punch ist, äh, nicht sehr gut, weil die Hitbox ist sehr klein, ist. Es ist eher für ein Jump, äh, also damit, beim draufjumpen, also vom Nahen. Vom Weiten würde es nicht viel bringen, weil es hat ne schlechte Hitbox. Okay. Gut. Dann haben wir das auch schonmal. Da kommen wir jetzt, ähm, zu den Specials. Und zwar Bullhead Light. Bullhead Light ist das. So, Bullhead Light ist am besten kombinierbar, äh, sorry, kombinierbar mit Light Normals, wie zum Beispiel Standing Light Punch, Standing Light Kick, ähm, ja, das war's eigentlich, mehr nicht. Gut. Welche Menschen? Da trifft es. Da ist, da wird's connected. Und, ähm, an sich hat der Bullhead, ähm, da sieht man's, 120 Schaden und 200 Stunt, das ist sehr gut. Der hat auch echt den höchsten, das höchste Stunt Potential, würde. Ähm, gut, da kommen wir zu Bullhead M, also Mittel. Bullhead Mittel hat ne höhere Reichweite. Und, ähm, ach ja, Bullhead Light ist nicht sehr von Blatt, und Bullhead M, also Mittel, Bullhead Mittel, ist auch nicht sehr von Blatt, und ist am besten mit M normal, äh, kombinierbar. Wie zum Beispiel, Standing Medium Punch, oder, oder, Trout King Medium Punch. Okay. Und es ist natürlich nicht safe vom Block, ne? Gut, dann kommen wir jetzt, äh, zu Bullhead Harp. Okay, dann kommen wir jetzt zu Bullhead Harp, also in der harten Version, also mit R1, für die PS4-Spieler, ähm, Bullhead Harp. Es hat eine enorm gute Reichweite, wie man sieht. Es hat eine sehr gute Reichweite. Ähm, also, äh, kombinierbar mit einer, mit, äh, mit irgendeinem Normal, ist es leider nicht. Also, es geht halt leider nicht. Kann man nicht kombinieren. Leider, also mit gar kein Normal. Aber dafür, ist es halt ein guter Überraschungseffekt, wenn du denkst, dass er zum Beispiel angreift, zum Beispiel von hier, es ist halt eine brutale Reichweite, also fast Fullscreen. Fast. Zum Beispiel von hier, geht's nicht. Aber von hier auf jeden Fall schon. Das Blöde ist nur, es ist auf jeden Fall nicht safe vom Block. Das Blöde ist leider nicht. Nicht safe vom Block. Ähm, können wir auch nochmal mit Shoyuku zeigen, dass es ein total, ähm, heftiger Punish, also es ist ein Punish gibt. Also, nicht gut einsetzbar. Fullhead Hard, ähm, in den wenigsten Fällen, ähm, verwenden, dann eher Fullhead X, wo ich jetzt auch draufkomme. Moment. Okay. Also, Fullhead X, ähm, trifft zweimal. Das kann ich mir jetzt auch demonstrieren. Es trifft zweimal. Ja, zweimal. Ähm, es kann mit V-Trigger verbunden werden, für einen guten Damage. Kann ich euch auch mal zeigen. Also, das Problem ist, es trifft ja zweimal. Aber dieser V-Trigger kann nur beim ersten Treffer, ähm, verbunden werden. Also beim zweiten Treffer, ihr seht jetzt den Input oben links, bringt nichts. Das ist also, lächerlich. Es kann zwar verbunden werden, aber es bringt nichts. Weil nach dem, kann man nichts mehr machen. Weil der V-Trigger, die Recovery-Zeit, ähm, und die Startzeit, ähm, sehr langsam ist. Da, ziemlich langsam, bis er dann wieder angreifen kann. Ähm, deswegen beim ersten. Und danach kann es verbunden werden. Zum Beispiel so. Also mit Crouching-Hike-Punch kann es zum Beispiel verbunden werden. Oder, mit Standing-Medium-Punch. Oder, ähm, Sorry. Oder, hat jetzt nicht geklappt. Na ja, eigentlich auch mit, ähm, Standing-Like-Punch. Aber, das benutze ich eigentlich nie. Also ich benutze eigentlich eher nur, wenn ich treffe, Crouching-Hike-Punch. Das benutze ich eigentlich immer. Und Bullhorn, aber da kommen wir dann später da drauf. Also, kann auf jeden Fall verbunden werden, nach dem ersten Treffer. Für mehr Damage. Ähm, Bullhorn, äh, kann, jetzt kommen wir zu Bullhorn. Aber das Problem, was ich noch sagen wollte, genau, sorry. Also es hat, ja, 160 Schaden, 250 Stun. Für einen einzelnen Angriff ist das brutal. Das ist sehr gut. Ähm, Okay. Bullhead Hard macht 140 Schaden. Da. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Bullhorn. Bullhorn ist, ähm, umgeht Projektile. Da muss man eine Taste gedrückt halten, ist egal welche. Und dann loslassen. Ich zeige es euch mal, dass es Projektile sehr gut, ähm, ähm, umgehen kann, ausweichen kann. Das ist sehr gut. Wenn der Gegner, zum Beispiel, vom Land, ein Hadouken macht, kann man das gut umgehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also das ist wirklich super. Okay. Und, es ist auch noch dazu, ein Anti-Air. Das ist auch super. Anti-Air, zum Beispiel, wenn man hockt, und er weiter weg ist, so dass die Crouching Medium Punch nicht ausreicht. Moment. Einfach Bullhorn benutzen. Also, auch ein Anti-Air. Das ist auch ziemlich nice, wie ich finde. Dass es Projektile umgeht, Anti-Air-Möglichkeit, und es kann nach Crouching Hike Punch verbunden werden, das zeige ich jetzt mal. So, zum Beispiel, nach Standing Medium Punch kann es auch verbunden werden. Dann kann es nach Crouching Medium Punch auch verbunden werden. Also, sehr, sehr gut. Ich finde, den Bullhorn sehr effektiv. Kann auch mit, ähm, V-Trigger verbunden werden. Ja, habt ihr es gesehen? Die Flamme, die trifft ihn auch. Die Flamme, die dann vom V-Trigger rauskommt. Und dann kann man weiter, zum Beispiel, mit X-Bullhead und so weiter und so fort. Also, kann verbunden werden. Dann kommen wir jetzt zum Bullhorn X. Ah, was ich noch vergessen habe zu sagen, der Bullhorn, der macht 130 Damage und 200 Stun. Das ist doch brutal, also. Das ist wirklich sehr gut. So, dann kommen wir zu Bullhorn X. Bullhorn X sieht so aus. 150 Damage, 250 Stun. Das ist total. Und was ich noch sagen muss, der Bullhorn X absorbiert ein Move. Er absorbiert einen, also ein Schlag absorbiert er. Seht ihr das? Ja, ein, ein Schlag guter absorbieren. Und das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich, einfach, sehr gut. Wenn zum Beispiel, der Gegner versucht, mit Voltilen anzugreifen und die ganze Zeit Hadoukens macht oder, ähm, auch Schlägt die ganze Zeit in einer Presser-Situation ein bisschen witzig, kannst du damit Kontern, als Einschlag absorbiert. Aber auf keinen Fall nach Wake-up das versuchen zu machen, da die Startzeit sehr langsam ist. Langsamer als alle, ähm, Frames, also, die der Gegner dann versucht zu tun. Zum Beispiel Broaching Light Punch, Standing Light Punch, ähm, Standing Medium Punch, Broaching Medium Punch, das ist alles schneller als der Bullhorn X in der Startzeit. Ähm, es kann auch natürlich mit Combo verbunden werden, zum Beispiel mit einem einfachen Standing Light Punch. so, drei Hit, und mit Standing Light Kick auch natürlich. Naja, weiß jetzt nicht, warum es nicht will. Ziemlich komisch. Naja, aber es geht auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht warum. Ist ja auch wohl. okay, ähm, also es absorbiert auf jeden Fall ein Move und, ähm, der Bullhorn X ist, wenn ihr nicht trifft, leider nicht safe vom Block. Leider nicht. Ist nicht safe vom Block. Ihr seht, ich hab versucht, abzuwehren. Ist nicht safe vom Block. Nicht safe vom Block. Also, mit Vorsicht genießen. Okay. Dann kommen wir jetzt zu Hanging Chain. Hanging Chain ist, ähm, also in der leichten Version das hier. Man kann es auch halten, also, nach der Animation die X, das erhalten. Dann lässt er es so schwingen, und dann kann man auch etwas Zeitraum verschaffen und sehen, was der Gegner vorhat. Und mit der Schlagtaste guckt man es wieder, ähm, ja, abbrechen. Es hat eine gute Reichweite. Moment. Also, es hat eine gute Reichweite. Der Gegner bei der leichten Version fällt genau vor dir. Er fällt genau vor dir für gute Mix-Up-Möglichkeiten, wie das da zum Beispiel. Da. Also, das mache ich aber beim nächsten Video, ne? Da wollte ich nur ein paar Sachen erläutern. Ähm, es hat aber dazu eine langsame Startzeit, wie ihr seht, langsam. In der Zeit kann vieles passieren. Es kann, ähm, Projektile umgehen, zeige ich euch. auf jeden Fall umgehen, ja, wie ihr seht. Moment, tun wir mal ein bisschen weiter weg. Moment. Da. Also, es kann Projektile umgehen, aber wie ihr seht, es hat eine sehr langsame Startzeit, deswegen mit Bord zu genießen. Und es ist auf jeden Fall nicht safe vom Block. Okay. Also, es ist nicht safe vom Block, kann aber Projektile umgehen und, ähm, es macht eine gute Mix-Up-Möglichkeit, weil es nämlich, ähm, weil der Gegner dann, vor dir fällt, wenn man gute Mix-Up-Möglichkeiten hat. Okay. Jetzt kommen wir zu Hanging Chain M. Okay, dann kommen wir jetzt dazu. Also, Hanging, Hanging Chain, ähm, in der mittleren Version, äh, ist eigentlich genau das gleiche, was ich, äh, gezeigt habe, mit der, mit der leichten Version. Also, es ist genau das gleiche, wie mit der leichten Version. Wie ihr seht, nur, das einzigste, äh, der einzigste Unterschied daran ist, bei der mittleren Version, er landet, weiter weg. Also, Fullscreen. Er landet auf der anderen Seite. Ja, er landet auf der anderen Seite. Und das Gute dabei ist, da sind auch Mix-Ups möglich. Eigentlich nur ein Mix-Up, ist da möglich, aber es ist auf jeden Fall einer möglich. Also, immer ein bisschen variieren. Mal den, mal den benutzen, mal den leicht, mal die leichte Version benutzen, für Mix-Ups, und mal den Gegner überraschen, und die, Reichweite benutzen, weil die meisten haben, machen eine schnelle Erholung, und stehen gleich auf, dann kann man gleich Mix-Ups, ja, fortführen. Der, ja, der leichte macht, 140 Schaden und 200 Betäubung, die mittlere Version macht, 150 Schaden und 200, also 10 Schaden mehr, daher, wegen der Mix-Up-Möglichkeit, ist das eigentlich eher gedacht, denke ich mal. Gut, dann kommen wir zu Hanging Chain X. Achso, was ich noch sagen wollte, Hanging Chain Mittel, und Hanging Chain Light, ist nicht selbst am Block. Dann kommen wir zu Hanging Chain X. Hanging Chain X, hat erstens eine sehr schnelle Startzeit, eine sehr gute Startzeit, einfach sehr gute Startzeit, ähm, hat eine etwas höhere Reichweite, eine etwas bessere Reichweite, so, es trifft von hier, da, es hat nicht so eine schnelle Startzeit, X, schon. Das Gute dabei ist noch, ähm, es absorbiert einen Move, zeige ich euch, ich zeige, ich zeige es euch mal auf, ähm, Toyoken jetzt, es absorbiert einen Move, das ist eigentlich ein Move, um den Gegner zu catchen, so zum Beispiel, also es ist wirklich sehr gut, und es macht, er wird immer ein bisschen so schnell, ja, also es absorbiert einen Move, ähm, ja, es ist nicht safe vom Block leider, und es macht 170 Schaden und 220 Stunz. Das ist, äh, bravo, das ist super. Grandios. Okay. Kommen wir zu Killing Head in der Like-Version. Killing Head ist ein Grab. Der hier. Das ist ein Grab. Es hat eine schnelle Startzeit, wie ihr seht. Es ist eine sehr schnelle Startzeit. Aber die Recovery-Zeit ist langsam. Wenn es nicht treffen sollte. Dann, ähm, es hat leider eine kurze Reichweite. Also da muss ich schon echt ganz nah sein, um zu treffen. Also richtig nah. Ähm, aber dafür gibt es halt sehr, sehr viele Mix-Ups, weil es, ähm, eine schnelle Startzeit hat. Und somit auch, äh, schnelleren Frame. Zum Beispiel, nach Standing Like-It Mix-Up. Kann man zum Beispiel verbinden, indem man zum Beispiel springt. Aber dann, zum Beispiel springt. Oder, ähm, mit Crouching Like-It. Geht auch mit Standing Like-Punch, also gute Mix-Up-Möglichkeiten ist. Und das Gute ist, es geht auch, ähm, was ich eigentlich sehr, ähm, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, nicht so oft benutzen. Aber, es geht auch mit natürlich, wenn er gleich springt, seht ihr das? Die meisten merken sich das dann, dass man oft Killing Head benutzt und springen dann einfach öfters. Das heißt, abwarten, dann nochmal. Und irgendwann mal wird er nicht mehr springen, weil er sich sonst blöd vorkommt und denkt, super, der weiß, dass ich immer springe. Und wird dann stehen bleiben. Und wenn er dann stehen bleibt, wieder packen. Also einfach nur abwarten. Manchmal abwarten, manchmal packen. Wenn du merkst, dass es, dass, ähm, so oft in der Luft gesprungen ist. So gute Mix-Ups. Ähm, okay. Dann kommen wir zu Killing Head Mittel. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Das, der einzige Unterschied ist, könnt ihr euch schon denken, es macht mehr Schaden. Es macht 190 Schaden und 220 Stunt. Während die leichte Version 180 und 200 Stunt. Und die mittlere Version hat eine etwas, eine etwas kürzere Startzeit als die leichte Version. So. Dann kommen wir zu Killing Head X. Killing Head X hat eine sehr schnelle Startzeit. Eine wahnsinnig schnelle Startzeit. Und, ähm, eine gute Reichweite. Von hier schon. Habt ihr es gesehen? Von der Reichweite schon. Von der. Von der kann ich schon packen. Von der nicht. Von hier schon. Was die leichten Versionen nicht können. Von hier. Von hier was. Geht nicht. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Also. Von hier geht's nicht. Von hier schon. Also es hat eine gute Reichweite. Eine etwas, etwas, ähm, größere Reichweite. Und, ähm, es hat eine schnelle Startzeit. Es hat einen enormen Damage. Schaut euch das mal an. 220 Schaden. 270 Betäubung. Wenn du das Mix, Mix Up. Wenn du ein Mix Up machst, machst du ganz schnell totalen Schaden. Also. Das ist auf jeden Fall, wie ich wieder sage, unvermeidbar. Bull Head. Äh, Bull Head sage ich. Killing Head. Gute Mix Ups, wie vorhin mit der Like Version schon gezeigt. Ähm, und was man noch machen kann, zum Beispiel, nach dem, ähm, nach dem, Ex, kann man Mix Up starten. Wie zum Beispiel, wenn er jetzt eine schnelle Recovery, also schnelle Erholung hat und schnell aufsteht. Nach dem könnte man das zum Beispiel machen. Aber das zeige ich euch jetzt noch. Das im nächsten Video werde ich nicht alles demonstrieren. Jetzt kommen erstmal die Basics von Zeit zu diereinander. Also für die Leute, die neu anfangen wird. Ja! Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu, äh, Bull Revenger. Also der Bull Revenger in der Like Version. Also Bull Revenger, was das überhaupt ist, zeige ich euch jetzt. Der ist da. In der Like Version hat es eine kurze Reichweite. Das macht aber nichts, das ist trotzdem richtig heiß. Wie ihr seht, könnt ihr hier an den, unten im Trainingsraum hier sehen, diese drei Blöcke hier. Es reicht drei Blöcke lang. Also wenn man genau da hinsteht, er steht ja beim dritten Block der Ryu. Und es reicht bis zum dritten Block. Also es hat eine, es hat eine kurze Reichweite, aber für Mix-Ups ist es einfach brutal. Zeige ich euch. Aber beim nächsten Video auf jeden Fall. Wie oft schon gesagt, überspringt auf jeden Fall auf Crouching-Moves, also Crouching-Normals, zeige ich euch. Also Crouching-Normals, wie Crouching-Hike und so weiter. Kann es überspringen. Ja. Also. Das ist halt einfach sehr gut. Sorry. Ich musste kurz was schauen. Also. Es kann auf jeden Fall überspringen. Crouching-Attacken überspringen. Ähm. Dann kann es verbunden werden für gute Mix-Ups und Überraschungsmomente. Mit Pressures. Zum Beispiel mit Standing-Medium-Punch klappt es. Also eine Verbindung. So zum Beispiel. Dann mit Standing-Like-Kick zum Beispiel auch. Mit Standing-Like-Punch. Also für Überraschungsmomente das ist sehr, sehr gut. Das ist für mich einer der wichtigsten Spezels für Birdie. Crouching-Medium-Punch natürlich auch. Aber dann ist er halt etwas weiter weg. So. Aber am besten ich benutze eigentlich immer Standing-Medium-Punch. oder ähm Standing-Like-Punch. Und zu Crouching-Attacks überspringt es auf jeden Fall. Ähm. Gut. Dann kommen wir jetzt zu äh Bull Revenge Mittel. Das hat eine ähm also es hat mehr Reichweite. Das ist die leichte Version. Und die mittlere Version die springt bis zum vierten Block. also ein Block mehr. Die kurze dritten Block. Und die bis zum vierten Block. Also bis zu hier ungefähr kann man dann einfach das ist ziemlich gut. Kann man auch mixen. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Kann man auch mixen. So zum Beispiel. So. Also es ist auch mix-up möglich. Nachdem. Ähm. Gut. Achja. Es macht 180 Schaden und 230 Stump. Das ist enorm. Die leichte Version macht 170 und 230 also fast gar kein Unterschied. Ähm. Gut. Dann kommen wir zu der harten Version. Die harte Version ist genau das gleiche nur es ist Full Screen. Also das heißt es geht bis so hin ganz nach hinten. Es ist auf jeden Fall Full Screen möglich. Zum Beispiel wenn du dich ganz an der Ecke befindest und er macht zum Beispiel einen zeige ich euch jetzt ganz kurz damit ihr ungefähr wisst was ich meine. Er macht jetzt einen Hadouken kann zu zum gehen und ihn damit einfangen. Daher ist es sehr gut. Gut. Dann kommen wir zu der X-Version. Die X-Version ist die schnellste Startzeit überhaupt. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Es ist so schnell ich kann man gar nicht mal sehen mit bloßem Auge. Es ist richtig schnell. Total. Schaut euch das an. Es hat eine unglaubliche Reichweite. Unglaublich. Also nicht Full Screen dafür aber dafür halt so schnell. Das ist der Wahnsinn. Man kann auch variieren. Man kann auch wenn man jetzt das macht und nach hinter drückt hat es eine kürzere Reichweite. Wenn man aber dann Full Avenger X macht und nach vorne drückt geht da weiter vor. Also man kann auch selber variieren. Es hat eine sehr gute Hitbox. Sehr, sehr gute Hitbox. Es ist einer der wichtigsten Specials. Die X-Version. Es hat eine enorme Stun-Möglichkeit. Schaut euch das mal an. 230. Weil mit vielen Mix-Ups also nach zum Beispiel nach Killing Head wird der benutzt. oder nach einem Throw wird er benutzt. Nach einem nach einem V-Reversal V-Reversal wisst ihr ja hoffentlich schon was es ist. V-Reversal zeige ich euch mal. Kannst du mir auch so zeigen. Das ist ein V-Reversal. Da. Zum Beispiel so ein Mix-Up. Also es gibt total viele Mix-Ups was das erlaubt. Das ist der beste das beste um nach irgendeinem Special oder Move ein Mix-Up zu versuchen. Das ist das beste Pulling Revenge X. Die beste Mix-Up Möglichkeit. Die allerbeste. Zum Beispiel nach D. Also zum Beispiel so, so, so. Naja hätte er jetzt nicht gehauen. Zum Beispiel so. Beste Mix-Up Möglichkeit. Ja so. Hoppala das war jetzt blöd. So. Zum Beispiel oder es gibt Millionen von D-en hier. Was man machen kann. Meine Lieblings zum Beispiel ist die hier. Moment. Ah. Die verarschen oder was. Wieder und danach wenn er aufstehen sollte. So. Also am besten in einer schnellen Erholung. Wenn er jetzt schnell aufsteht. So zum Beispiel wie ich jetzt mache. So. Sehr gut. Alles teig alles im nächsten Video. Gut. Dann kommen wir jetzt zu seinen Special Moves. Also jeder hat ja spezielle Moves. Gut. Dann kommen wir jetzt ähm Gebaru. Dann kommen wir jetzt zu den ähm ja wie wie nennt man die also jeder hat spezielle Attacken. nicht jetzt die Species wie zum Beispiel Bullet oder so sondern die Uniquid also wie soll ich erklären. Vielleicht steht jetzt hier wie es heißt ähm damit gewisse meine einzigartige Angriffe jeder hat einzigartige Angriffe also zum Beispiel der ähm Overhead der hier vor und Hiked das ist ein Overhead das ist zum Beispiel gut äh nach wenn er zum Beispiel getroffen wurde und er aufsteht kannst du ein Overhead versuchen das ist sehr gut es trifft zweimal es trifft halt auf jeden Fall oben und der zweite Schlag in der Mitte also ich zeig's euch mal wenn er jetzt zum Beispiel hockt alles abwärmt unten werte alles ab ne ja gut er währt jetzt alles ab blöd ich demonstriere es euch anders und nehme auf so ich nehme auf seht ihr so so wieder geben also er wird unten werte ab overhead geht nicht es trifft das wollte ich damit demonstrieren gut dann hätten wir das geklärt ähm es ist safe vom block wollte ich auch noch sagen zeige ich euch dass es safe vom block ist ähm abwehren so naja es ist auf jeden fall safe vom block kann ich euch auch mit dem zujuk zeige also es ist auf jeden fall safe vom block das 100% ja safe vom block das ist ziemlich gut ein guter overhead schneller auch gut dann kommen wir jetzt zu ähm vor hike punch das ist das hier das ist sehr gut nach einem pressure zum beispiel so so wenn er dann wenn du merkst dass er haut zum beispiel so oder so also nach standing medium kill nach dem dann kann man weiter pressure machen das ist sehr gut es ist ähm noch zudem crush counter weg zeige ich euch ja nicht abwehren so da kann man natürlich ähm ein following machen mit bullhead medium und das ist sehr gut also es ist auf jeden fall crush counter kannst du auch so mit exchange following machen oder mit like äh bullhead oder ich weiß nicht ob es mit normalen geht ne also geht nicht so dann oder man kann noch ein combo damit starten so also es ist ziemlich gut crush counter und was ich noch sagen wollte es absorbiert ein move ein move absorbiert es er hat drei moves die ähm also moves ja drei normales specials die moves absorbieren zum beispiel den habt ihr es gesehen kann ich euch vielleicht anders zeigen mit schuluten da also es absorbiert auf jeden fall einen move und das ist sehr gut da zum beispiel wenn ein crouching high kick macht es ist sofort ein crush counter super also es ist sehr sehr gut gut dann haben wir das dann kommt jetzt ähm ach ja was ich noch sagen wollte was sehr wichtig ist es ist nicht safe vom block da ich versuche abzugehen wie ihr seht nicht safe vom block kann ich noch bei den anderen zeigen nicht safe vom block mit crouching like punch auch nicht also es ist nicht safe vom block eher benutzen äh wenn du denkst dass er zuhauen will wenn du jetzt oft in einer pressur situation also wenn du eine hohe pressur situation gemacht hast dann am schluss vielleicht mal kann sein dass du dann ein punish äh bekommst oder dass du ein crush counter hit bekommst kann beides möglich sein also es ist 50 50 deswegen paar mal kann man es schon benutzen wenn man sich sicher sein sollte dass es klappt gut beim nächsten jetzt kommt der beste niedrigste angriff der auch noch dazu safe vom block ist und zwar schlägt nach unten und ähm hike punch der da der ist einfach der ist sehr nice er trifft unten wie ihr seht safe vom block weil wenn es nicht trifft rutscht er wieder nach hinten wenn es trifft rutscht er auch wieder nach hinten und das ermöglicht den safe vom block machen wir mal das aus also es ist auf jeden fall der beste niedrigste angriff der beste jetzt zeige ich mal dass es echt safe vom block ist ich habe jetzt nur mit protein like punch gezeigt zeige ich es euch auch mal mit shojuku und so safe vom block das wollte ich jetzt nicht Mensch safe vom block dann ähm crouching medium punch auch keine chance zu treffen es ist auf jeden fall safe vom block es sind auch mix ups möglich wie zum beispiel nach dem mache ich immer crouching like punch aber nicht zu oft mehr abwarten aber man kann es mit crouching like punch mixen es hat eine schnelle startzeit wie ihr seht sehr schnelle startzeit und es schubst ihn wieder zurück und recovery auch obwohl es ein hart schlag ist hat es eine schnelle äh eine schnelle startzeit und recovery mix ups sind auch anders möglich also so oder so oder so danach des oder und dann gleich so oder so oder so oder so like punch und dann hanging chain also gibt es viele möglichkeiten am besten so in einer pressure situation benutzen zum beispiel es gibt sehr viele möglichkeiten was man da machen könnte es ist einfach super es irritiert auf den gegner einfach für mich es ist einer der wichtigsten moves die ich auch gerne oft benutze da er auch safe vom block ist und niedrig trifft und niedrig trifft niedrig wie man sieht oben rechts ja gut das war es jetzt erst mal vom tutorial jetzt habe ich erst mal die basics und die specials vorgesagt ich hoffe es hat euch sehr gefallen und es ist mein erstes mal mit mike dass ich überhaupt ein tutorial oder sonstiges video aufnehme und ich hoffe es hat euch sehr gefallen und man konnte mich gut hören und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr videos sehen wollt dann würde ich mich für ein abonnent sehr freuen und ja abonniert mich und liked die videos damit ihr nichts mehr verpasst und beim nächsten mal zeige ich euch dann ein advanced birdie tutorial darum geht es dann um mixups, um combos, um hit confirms und um shimmy werde ich auch mehr erläutern ich hoffe wir sehen uns dann also haut rein peace 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 peace